Moin allerseits und willkommen zurück zu Dreadorten. Mal schauen, was da jetzt in dieser Bude ist. Äh, okay. Ich glaube, ich komme da sowieso nicht rein, weil ich sehe gerade, dass da ein Schloss ist. Ähm. Dann halt da rein. Achso. Das ist eine Wand. Okay. Wir sind da auf dem Bild. Ah ja. Ich hier irgendjemand? Ich glaube nicht, oder? Ach, da ist eine Tür. Ich dachte, das wäre ein Schrank. Hallo? Schon wieder an der Wand. Was? Wie, was ist denn hier? Hä? Ist hier irgendwas? Was ist denn jetzt mit dir los? Hä? Wer ist das? Was ist mit dir? Sag mal, Mädel, was ist denn mit dir? Ist hier irgendwas? Sag mal. Hä? Auf jeden Fall ist hier irgendwas. Sehe ich das nur in dem Spiegel oder was? Ähm. Hallo? Ich sehe da aber nichts. Hä? Hä? Hallo? Was? Wo bist du denn? Wo bist du denn? Der zieht mir hier die ganze Zeit die Füße weg. was? Wie? Was? Wie? Was? Was war der denn jetzt? Bist du jetzt gegen den Spiegel geflogen oder was? Alter? Da. Ich sehe es gerade. Die ist hinter mir. Das ist die Tante. Ich habe den Spiegel kaputt gemacht. Alter, lass mich in Ruhe. Das ist die Tante, die in der Bahn war. Na, komm schon. Nix da. Wo ist hier ein Spiegel? Mann! Warum sehe ich dich nur im Spiegel? Ich bin gleich tot. Jetzt. Ah, sag mal. Ich konnte noch nicht mal laufen. Ja, klar. Sag mal. Ich hatte noch nicht mal eine Chance, irgendwo hinzukommen. Okay. Wo bin ich jetzt? Was? Sag mal. Oder die... Äh, okay. Weißt du, das tolle ist, ich kann noch nicht mal rennen. Ich kann... Ich kann fotografieren, wie ich will. Die hängt mir direkt an der Pelle. Ey, ich bin gleich wieder tot. 100 Pro. Vielleicht... Na, das bringt mir auch nix. Warum rieb mir dort nix? Wo ist die Tante? Wo ist die... Mann! Oder soll ich hier noch... Ey, ich kann direkt wieder... Ey. Okay, weißt du... Alter, lass mich in Ruhe. Weißt du was? Ich geh wieder raus. Hoffentlich kann ich das vor allen Dingen. Weil vielleicht... Darf ich hier noch gar nicht hin. Ich weiß ja nicht. Vielleicht war ja da... Ey, wie soll ich... Wie soll ich denn jetzt hier rauskommen? Willst du mich verarschen, oder was? Ich mein, die hängt mir direkt am Rücken. Ey. Ich kann ja noch nicht mal rennen. Das ist ja das Bescheuerte. Hallo? Ey, das ist doch so scheiße gerade. Warum die mich ja vor allen Dingen direkt am Anfang wegzieht. Warum sind die Spiegel eigentlich kaputt? Hat das irgendeinen Grund? Welchen Duke hat? Okay, das bringt nix. Vor allem, sobald ich quasi hier vorne bin, geht gar nix mehr. Okay, jetzt bin ich ein Stück weiter. Auch gut. Cool. Na, komm ich da noch rein? Komm ich da noch rein? Komm ich da noch rein? Bin ich jetzt sicher? Ist die Tante weg? Wo ist die Tante? Warum hab ich keine Umarmung mehr am Rücken? Okay. Ich glaub, ich bin sicher. Cool. Cool. Ich sehe irgendwer. Okay. Hey, das sind rote Laken. Warum kann ich immer noch nicht rennen? Das ist ja komisch. Funktioniert die Tasse plötzlich nicht mehr, oder was? Was ist das hier? Warum kann ich nicht mehr rennen? Was ist das? Irgendwie komisch. Hat's einen Grund, warum ich nicht mehr rennen kann? Ist da irgendwas drinne? Hoffentlich nicht wieder die Tante, die mir... Ach, da kann ich gar nicht rein. Hm. Das macht jetzt richtig schön Spaß, hier in so einem großen Raum zu sein und überhaupt nicht rennen zu können. Aus unerklärlichen Gründen. Ich komm da nirgends wo rein. Lass mich raten, ich soll da hoch, oder? Da komm ich auch nicht rein. Super. So schleiche ich auch den ganzen Tag durch die Gegend. Aber meistens hab ich dann ein Ziel. Weil ich irgendwo hin will. Hat sich's wenigstens gelohnt, dass ich hier... Ach, nicht schon wieder. Ja, und ich kann trotzdem mit... Ach, ja, komm, leck mich. Ey, du bist einfach nur so scheißnervig, weißt du das. Du lässt mich noch nicht mal die Möglichkeit irgendwie... Ja, leck mich doch. Was? Was? Warum bin ich denn hier unten wieder? Warum ist halt jetzt hier so ein blaues Leuchten? Warte mal, die Tante ist weg. Oder auch nicht. Nein, doch nicht. Aber hey. Äh, oder auch nicht. Ja. Okay, das ist ja witzig, ne? Ich hab grad mal nachgesehen. Eigentlich sollte die gar nicht mehr da sein. Ich sollte quasi hier viermal hier fotografieren, weißt du. Und... Die taucht immer wieder auf. Was ist das für ein Mist? Ich mach's eigentlich... Boah. Boah, ne, weißt du was? Ey, komm hier. Ich starte das Spiel nochmal neu. Nicht neu starten, aber... So, hat das Neuladen des Spielstands irgendwas gebracht. Okay, die Scheiben sind wieder ganz. Das ist gut, das ist gut. Das ist sehr gut, denk ich mir mal. Na, komm, komm, komm. Hallo, fotografier rum. Okay. Dafür sind aber die anderen Scheiben immer noch kaputt. Und jetzt spielt hier Musik? Oh, ich kann rennen. Das ist jetzt wirklich sehr, sehr seltsam. Jetzt hab ich hier vor allen Dingen so einen Nebel. Ich glaub, ich hab gerade das Spiel einfach nur total verpackt gehabt. Kann das sein? Ich glaub, da ist einfach nur irgendwas extrem buggy gewesen. Aber die Türen können ich immer noch nicht betreten. Äh, öffnen, meine ich. Nö. Sind wohl alle abgeschlossen worden. Kann ich wenigstens hier Karaoke singen? Das ist aber extrem... Also, das ist eine extrem flache Gitarre. Die geht. Ist vielleicht ein bisschen größer als normal, aber... Nö, egal. Hallo? Ich merke gerade, ich hab meine Taschenlampe aus. Aber das war jetzt wirklich irgendwie extrem strange. Ich mein, was ist denn da passiert? Warum war denn das so buggy auf einmal? Was? Okay, da hat jemand das Windgebläse angemacht. Das ist schön. What? What? Oh, sorry. Ich hab gerade hier den Mikroständer weggekickt. What? Äh... Okay. Ey. Sag mal, treffen solltest du auch schon mal. Na, komm, gib dir mal Mühe. Na, komm schon. Ich fang auch. Ja, du sollst dir nicht ein Erdbeben machen. Na. Was ist denn? Willst du nicht? Wo ist denn jetzt hin? Muss ich wieder hoch? Ich glaub, ja. Was ist denn jetzt? Schön, dass die Gitarre dann spielen tut, denn sie gegen den Glied. Sag mal, wenn du mich treffen willst, dann solltest du vielleicht mal auch irgendwelche Sachen zu mir werfen. Und nicht nur... Sondern du machst hier in Ordnung. Okay. Äh, das hab ich gewusst, das hab ich gewusst, das hab ich gewusst. Hä? Und wird das auf einmal so rot. Immer wenn die toll. What? Sag mal, wirft die Tante ne Katze? Hat das Ding grad ne Katze geworfen? Komisch, ich komm da nicht rein. Muss ich diesen Geist jetzt irgendwie besiegen? Ja, du machst da hinten immer noch weiter Unordnung. Sag mal, du kannst eigentlich nichts anderes machen, als Unordnung schaffen, Katzen durch die Gegend werfen und blöd durch die Gegend techeln, ne? Ah, was? Was hab ich denn da jetzt fotografiert? Hä? Hallo? Was? Was? Wie? Sag mal. Okay, da fliege ich grad ein Stuhl. Äh, ein Tisch. Also jetzt hat das Mädel mehr oder weniger hingekriegt, dass die Sachen auch mal treffen. Ja, ich steh schon auf Musik, aber dass mir die Musik entgegenfliegen muss, ist nicht unbedingt... Sag mal. Was treff' ich denn hier? Also irgendwas tue ich hier fotograf... ...führen? Sag mal, wo ist das unsichtbare Mädel? Hä? Das ist übrigens toll, dass der Tisch da immer noch am Schweben ist. Was? Was? Was fotografier ich denn hier? Ich check's nicht. Muss ich das Ding überhaupt fotografieren? Okay, ich mein, ich kann ja nicht raus. Ja, klar. Jetzt bin ich auf der Gitarre ausgerutscht. Muss ich zurück? Ach nee, da ist eine Tür. Die verschlossen ist. Hallo? Wie oft muss ich dich denn fotografieren? Was auch immer du sein sollst. Was ich da... Ich bin total verwirrt. Ich weiß grad echt nicht, was ich hier machen soll. Ja, Tische aufräumen. Ja, toll. Oder hab ich jetzt grad schon wieder einen Bug? Weh, ich hab jetzt die schon wieder einen Bug. Oh. Ich glaub, jetzt flog alles hier durch die Gegend. Jetzt regnet Geschirr! Ah, der Weg ist frei. Na, endlich. Was hab ich denn die ganze Zeit fotografiert? Ist hier irgendwas? Nö. Kann ich jetzt dann in die eine Tür rein? Wo ich vorher weggeputzt worden bin? Yay. Und was find ich hier? Noch mehr Bilder. Ich weiß nicht, was ich... Irgendwie... ...unnormaler finde. Einen Raum, wo so große drei... ...Spiegel sind... ...oder ein Raum, wo so komische Stühle hier stehen. Ich glaub, die Stühle sind irgendwie die, die mir irgendwie am... ...ersten eigenartig vorkommen. Außer vielleicht diese komischen Rahmen, wo immer mal Spiegel drin waren. Ist hier... Ist hier... Hä? Wieso bin ich denn nicht zu sehen? Hä? Ach! Deswegen. Das ist gar kein Spiegel. Der Raum ist einfach nur ein Spiegelbild. Umkleidezimmer. Dieser Schlüssel öffnet das Ankleidezimmer. Das wird der Schwester überhaupt nicht gefallen. Äh... Welches Ankleidezimmer? Ach so, das Zimmer, was da hinten war. Genau, ja. Stimmt. Hä? Hier ist nochmal was Blaues? Was ist denn hier? Das Bild? Nein. Keine Ahnung. Äh, warte mal. Wieso hab ich denn jetzt ein Spiegelbild? What? Hä? Kann ich hier irgendwas machen? Nee. Hä? Das ist jetzt mehrwürdig. Vor allem wegen... Was wird denn hier so eine blaue Umrandung geben? Was ist denn hier? Höse! Alter, blöde Tante. Okay, lass mich raten. Du Schreckschraube bist schon wieder hier, ne? Wo bist du? What? Da seh ich doch jemanden. Ist das das Paar? Was da auf diesem einen Bild war? Und hier ist... Niemand. Schön. Was? Was für ein Geister... Hä? Hab ich jetzt einen Geistereintrag für dieses Paar gekriegt, oder wat? Klein so. Und hier? Nichts. Geil. Okay. Hä? Hi. Ich verstehe das nicht. Was ist mit der Wendy dat fotografiert? Was ist da los? Achso. Ach, okay. Ich musste herausfinden, welcher von den Spiegeln irgendwie das hier... Wo soll ich denn das herausfinden? Wie soll ich das denn herausfinden? Hä? Kein Schimmer. Ich glaube, das ging einfach nur nach Try und Error und irgendwann hast du halt herausgefunden. Ähm... Wo war die Tür nochmal? Unten. Genau. Oder ist es vielleicht hier oben so ein Ding? Mal gucken, was da hinten ist. Geht's hier raus? Nein. Oder Spiegel. Kann ich da hinten auch runter? Äh... Das sieht jetzt nicht danach aus. Wo geht's denn hier entlang? Achso, zur anderen Seite. Auch cool. Okay. Okay. Jetzt kommt was, oder? Äh, warte mal. Ich merke gerade die... Bilder sind weg. Warum sind denn die Bilder weg? Das scheint irgendwie so, als würden manche Sachen hier gar nicht existieren. So von dem Bild... Nee, von dem Spiegelbild da gerade ausgesehen. Das Bild war davor noch nicht. Du warst hier vorher noch nicht. Warum bist du hier? Warum ist ein Scheißbild? Hast du dich verändert? Nein. Hallo? Ist das Instrumentenlager? Warum ist die Tür zu? Das ist... Ach, du schon wieder, du... Was? Wie Instant Food? Was? Wie? Hä? Wo bist du? Hallo? Da. Da. Nein. Was? Wie? Was? Wo? Was? Ach, Menno. Oh. Wo ist die Tante? Hä? Warum bist du irgendwo rechts um dir? Okay, an der Tür. Okay, das ist jetzt ein bisschen tricky. Liegt sich's schön? Äh, da. Oder auch nicht. Alter, springt ich mich einfach an. Mann, lass dich doch fotografieren. Was krabbelst du da oben herum, hä? Okay. Och, Mann. Und hier wird's aber grad gar nichts machen. Geht doch. Wie oft muss ich das jetzt machen noch? Zwei, dreimal oder so? Verändert sich die Wand da hinten? Hey, nicht wegstecken. Ach, warte mal, jetzt hab ich die Kamera weggesteckt. Och, ja. Ich glaube, ich halte nur noch einmal aus und dann bin ich wieder weg vom Fenster. Die war hier. Komm schon. Och, Mann. Okay, jetzt ist es nur noch einmal. Deine Sende. Scheiße. Och, Mann. Komm schon. Nein, 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 nein. Och, Mann. Okay, Runde zwei. Was? Oh, äh. Was? Ich hab dich doch fotografiert. Was, 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 was ist denn jetzt? Ist aber schön, dass quasi dieser Fortschritt beibehalten wird. Was ist das? Ist das Blut oder was ist das dein? Nein, nein, nein. Ach, Mann. Ich hab dich doch schon mal erwischt, als du von da oben angekrabbelt kamst. Warum krieg ich das jetzt nicht mehr hin? Okay, du bist da. Na, na, liegt sie schön. Alter, das hat ja fast schon was, irgendwas von Silent Hill. Okay, jetzt ist der rum komplett rot. Ne, außer das. Aber ansonsten komplett rot. Na, bist du doch hier oben. Ach, scheiße. Nein, nein. Da. Jetzt sieht's sogar schwarz? Ist immer schwieriger zu sehen, weißt du das? Nein, da warst du hier. Wo warst du hier? Ach, Mann. Ach, Dreck. John, wo bist du da? Komm, 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 komm. Ach, Mann. Ja, du bist über mir, was? Was? Alter. Mann. Du bist ja wie so ein Kleinkind. Nervig. So. Oh. Okay. Ich hab den Spiegel kaputt gemacht. Und dahinter hab ich ein paar nette Bilder. Was? Du, Tante, schon wieder. Du wirkst so deplatziert, weißt du das? Äh. Muss ich da jetzt wirklich hoch? Erstmal, ich hab euch das in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ich muss weg. Tschüss. Bye. Bye. Tschüss. 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 Vielen Dank.